ja morgens ich bin es wieder heute wollen wir mal wieder ein bisschen klitz zu klitz zu kleines bisschen hier ein bisschen rum basteln geht sie doch gut aus meine stadt wird immer schicker hier kommt auch was dickes ist doch mal top mäßig gut bevor ich anfange will ich euch erst mal sagen mein special video ist online ist oben könnt ihr euch angucken kommentar zugeben ich finde es nicht schlecht paar leute waren schon drauf ja gut das war das dazu und dann habe ich noch was was ich unbedingt loswerden möchte ich möchte mich bei jemand bedanken und zwar bei dem affe mit banane wollte ich mich bedanken für seine kommentare und dann bräuchte ich jetzt bloß auch ein paar leute die mit mir hier zum city zocken weil wie man sieht alles noch frei sind doch keine mieter da ich mache auch richtig gute mit angebote also wenn er bock habt kommt und spielt mit ja okay was wollten wir hier machen ich würde ja noch eine schule bauen eigentlich nur da wollte ich meine straßen noch weiter ausbauen und ja nix und oder nix und oder auch gut dann würde ich mal sagen guck mal nochmal weil das wäre jetzt garantiert um einige mehr worden sein schon allein durch die hochhäuser weil da ja mehr leute reinpassen wir haben wir uns mal noch so eine kleine schule aber wohin wohin soll ich jetzt so eine schule setzen ich habe hier eine schule ich habe da eine schule und ich habe da eine schule die alle noch platz haben der wo 632 614 und wo ist er 736 da ist immer noch platz drinnen verstehe ich nicht abwasser wie abwasser doof habe ich das abgegradet komisch aber wir können ja mal wir haben doch hier eine hochschule hochschule haben wir noch eine bibliothek und wir haben noch eine unität dafür brauchen wir noch die bildungsabteilung also viele schule das ist immer doof naja hast du noch keinen platz für irgendwas anderes noch wir lassen das erstmal mit den schulen weil bis jetzt jammert noch keiner dass sie irgendwie überfüllt sind oder so dann lassen wir das gut 42.000 wir wollten ja auch noch unser wasser weil wasser macht minus aber wo wie und was weil hier ist leer hier ist kein wasser mehr das ist doof dass das nicht so schnell nachläuft irgendwie wenn ich das jetzt auswähle das kann ich jetzt hier nur neben setzen das kann ich jetzt nirgendwo anders hinpacken das ist doof setzt very big doof und wenn ich jetzt ich will die aber hier aber hier will ich nicht da oben ich will die aber hier will ich nicht da oben mag mich irgendwie nicht ja toll tolle dingo aber ich halte zwei punkt stationen können wir nicht ändern ist auch nicht mehr so frisch das bringt natürlich am meisten hier aber es will ich nicht bauen weil das kacke ist es bringt 150 und das 75 nur vor schmutzung hoch ja so wie habe ich hier auch die verbrauchung 864 tausend bärbel am tag auch schon heftig was kostet denn noch so und du hast uns kommst du mit wird er jetzt wohl ein bisschen reichen ja zack geht alle super wie in wirklichkeit bei mir ist also so kaum geld in der tasche schon alle lalala 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 irgendwer zum abreißen die haben alle lust noch mitzuspielen das finde ich super das finde ich dufte so muss das sein aber trotzdem kacke dazu dass man hier diese die gegend nicht noch bearbeiten kann irgendwie ja ich weiß straßen upgrades hab's schon mitgekriegt als minus wird weniger wir waren schon bei 14.000 im moment sind es bloß 4000 in anführungsstrichen bloß okay dann wollen wir mal weiter upgrade hier ist ja im moment nicht so viel zu tun ping 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 okay jetzt bin ich pleite schön 2.000 nummer plus im moment bin ich ja mal gespannt wie viel wir plus machen wenn alles ausgebaut ist ja wenn wir nur seine kratzer sagen ja die von industrie die haben schuss die industrie hier fasst euch am kopf was hat er mein bus was haben du denn habt ihr auch was warum war das jetzt rot hilfe wenn alle mit nur stänkern ja hier hatte ich ja auch schon straßen waren yes also auch schon so viel ja schon komisch so wieder 10.000 hat nur hier jetzt alles hier ist überall hier ist auch die haben wir auch schon die da so zing zing zack ping puff geh weg so jetzt haben wir noch 6000 gut denn wo ist das erst mal wieder ach das wird so schön hier wird das schön was hatte man mein abwasser für probleme habe ich doch erst so viel können die doch gar nicht kacken das sieht doch ja nicht was kostet denn noch ein becken noch mal für sich für sich tausend hier schön geld die dieser täglich schnell weg gut dass es keinen geruchsfernseher gibt so schränkt euch mal ein bisschen an ich brauche 40.000 das könnt ihr nicht mehr aufs Klo gehen ganz einfach gibt's Kloverbot könnt ihr euch alle aufs fenster hängen aber man muss ja sagen die bauen wie die verrückten ey jo die können sich nicht weiter ausbauen so wenig platz so wenig platz oh je ein verletzt ist auch super die können sich nicht ausbauen weil mein rathaus so groß ist tut mich leid oh es beschwert sich keiner mehr cool war noch 5000 gibt es das nächste upgrade yes 2500 plus katsching ach wer das schön ey ja das hier zu wenig platz hat hier zum ausbauen dafür kann ich nix ne ja es gibt tolle lehnen zum shoppen dafür ne auch das ist ne stadt da muss man einfach hin da brennt es ein bisschen ja sicher ich sehe gerade das hier löschen und schon beschwert sich die feuerwehr hier ja dafür kann ich doch nix wenn die zu doof sind soll ich da machen macht euch einen Plan ey ist doch nix tuti 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 oh monny oh monny monny montä ja noch 15.000 kanne ich nur um stunden anenden hier ja ich würde euch so gerne mehr zeigen aber es hapert immer hier unten dran hapert ja jeweils straßenbahnen ich hab's verstanden was kostet eine rumstation da warte ich lieber auf das geld das sehe ich nicht ein wozu unsere erde wird schon wieder sauber so wie ich das hier gerade sehe hier der dreck geht langsam weg der dreck geht weg wie sieht es hier aus wir machen wieder 12.000 minus schade ich glaube demnächst werde ich ja mal noch eins hinsetzen vielleicht bringt das was wenn ich da noch ein zweites hinsetze oder so keine ahnung ich verstehe es nicht ich kriege auch keine tipps hier in den kommentaren und so nee hier ist man voll auf sich allein gestellt ist voll gemein ist satt na komm noch eine stunde und dann haben wir es zusammen warum machen wir jetzt so wenig plus plus noch uuuhh zweitverlassen gebäude schön 1 hier nicht ah eine fabrik auf wiedersehen auf nummer wiedersehen bitteschön johann sieht man brüchte noch eins gibt es wirklich bei toiletten verbote so geht das hier nicht weiter so nicht nu hopp fertig werden hier gut wieder weniger geld wir mussten wieder kohle bezahlen für unser kraftwerk lasst mich in ruhe mit eurer straßenbahn ich habe ganz andere probleme hier ach ja apropos probleme ich habe ein großes problem nämlich skype funktioniert bei mir nicht mehr jedes mal wenn ich skype starte kurz danach steht denn skype funktioniert nicht mehr könnte mir da mal bitte einer irgendwelche tipps oder tricks oder sonst was in den kommentaren schreiben wie ich das wieder zum laufen kriege das wäre voll dufte von euch weil da steht auch nicht warum wieso weshalb ich habe den rechner neu gemacht es ist alles akkurat und trotzdem steht da funktioniert nicht du kommst hier nicht rein so nach diesem motto ich verstehe nicht warum wäre voll super von euch wenn ihr mir da mal irgendwas sagen könntet weil mit skype kenne ich mich so noch nicht so 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 aus so ich sag verdammt oft so ne schon mitgekriegt ist ja schlimm nervt mich selber juhu die hätten wir ach da können wir die auch gleich noch machen hier wo wir schon mal dabei sind ok tüüüüü baut euch aus ja ich mal 1600 plus warum die stehen nur noch alle wofür gebe ich so viel geld aha moment wofür gebe ich hier das meiste geld für die bildung natürlich tüüüüü ich schließe alle schulen ist mir gut was kommt dann gesundheit feuerwehr ist als wenigste von ein aber hier parks transportmittel naja sicher meine fresse wenn man das mal sieht wenn 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 das nicht wäre wenn ich hier keine ausgabe dann würde ich 28.000 plus machen am meisten ein wohngebäuden hammer aber ich seine industrie wie kann das sein vielleicht weil ich so wenig habe warum ist das so dunkel heute ist das immer so dunkel fällt mir jetzt gerade mal auf schon gewundert dass hier bei nachts das licht ausgeht aus der tag sei komisch vielleicht ist auch gerade winter gut 15.000 wenn wir noch schnell ein paar straßen ausbauen so ok und schon fangt sein ja aber ich sehe gerade auf meiner schicken tic tac hier 20 minuten sind um und da werden wir jetzt erst mal wieder päuschen machen hier 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 die waren doch schon die hatten sich doch schon wieder groß ausgebaut warum jetzt schon wieder komisch na gut dann machen wir jetzt wieder päuschen und schreibt mal bitte wie ich das mit skype irgendwie in griff kriegen kann dass das endlich wieder funktioniert damit ich mit euch quatschen kann gut dann sage ich mal wieder tschüss danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen haha auch wenn nicht so viel passiert ist aber ich kann es nicht ändern dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal